In den französischen Alpen sind durch eine Lawine mindestens vier Menschen getötet worden. Im Gebiet der Skistation Tignes bei Val d'Isère sind am Morgen acht oder neun Skifahrer, die außerhalb der Skipiste unterwegs waren, von der Lawine verschüttet worden. Die Rettungskräfte melden bisher vier Tote. Ein Skifahrer konnte lebend geborgen werden, befindet sich aber in einem kritischen Zustand.